hallo und herzlich willkommen liebe freunde ja schön dass ihr da seid und zwar ich habe noch ein t-shirt zu verlosen ja ich habe mir gleich zwei bestellt und eins hatte ich auf der gamescom an und eins habe ich noch zur verlosung da ist das größte xl aber es fällt ein bisschen kleiner aus es geht eigentlich schon ich habe eigentlich nur eine ganz kleine einfache frage wo kommt revan vor fragezeichen a star trek oder b star wars wo habt ihr den namen schon mal gehört es gibt ja es gibt einen charakter ich will nicht so viel verraten auf jeden fall das kann man ja schnell googeln oder sonst irgendwas und wenn ihr die frage wisst dann schickt mir doch einfach eine e mail oder schreibt mir privat aber ich würde sagen e mails besser dann schmeiße ich hinterher alles zusammen und dann lasse ich das per zufalls generator durchgehen und dann gibt es noch ein richtig cooles t-shirt ist auf jeden fall ein emblem drauf hinten und vorne und ihr seht da vorne ist revan und hinten revan lp ist eigentlich schon richtig geil geworden ich bin echt froh also fand ich auch sehr bequem anzuziehen auf der gamescom und ja wenn ihr interesse habt oder so warum nicht ich finde das auf jeden fall eine coole sache dann schreibt mir eine e mail ihr wisst bescheid a oder b schreibt einfach da ein name dabei und ja e mail sicher das schenke ich dann zurück und dann die antwort a oder b und dann werde ich das hinterher in den topf hauen und dann wird es verlost ja ich freue mich euch euer revan lp bis dann tschau